Hey, das geht? Ich hab den nicht eingefüllt, ich schwöre. Nimm dieses Dingsbombs. Yes, jetzt hab ich alles. Halt die Fresse jetzt. Find heraus, was den Ozean ausgetrocknet hat. Nicht versunken Stadt, Start. Die Stadt wurde von der Liga verrückter Wissenschaftler getrockn gelegt. Denkt den Wissenschaftler mit einem Fabelwesen ab. Den Wissenschaftler. Kryptozoologe. Die verrückten Wissenschaftler. Äh, Fabelwesen, ne? Einhorn. Nessie. Und so weiter. Aber wenn, dann will ich... Das ist kein Nachtmach. Ein Nachtmach. Nachtmach. Das ist kein Nachtmach. Hm. Hm, hm. 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 Naja fast. Ein neues Element. An... An... Obtenium. Unoptamium, ja genau. Die Roboter... Der Roboteringenieur findet kein sauberes Einstreu für seinen Roboterhamster. Gib dem Hamsterkäfig neues Einstreu. Äh. Ah, ich falle. Ah. Für seinen Roboterhamster. Wasser dichter Hamsterroboter. Ähm. Mein Hamsterkäfig braucht frische Streu. Ähm. Ähm. Nicht Sägespäne. Metall... Späne. Metall... Späne. Span. Metallische Span. Wie rum. Oh, wie heißt das Zeug? Ihr wisst schon. Nicht Sägespäne, sondern halt diese... Wenn man Metall bearbeitet, kommen auch Späne raus. Metallischer Staub. Metallischer Staub halt. Metallischer Staub halt. Nein. Ich... Guck mal, was die vorhaben. Nein. Ich... Guck mal, was die vorhaben. Oh nein. Das ist ein falscher Starlight. Und das Tor ist verwiegelt. Voll. Diese Schürfen sich nur für verrückte Wissenschaftler verkleidet Maxwell mit zwei Objekten, um den Kameras zu täuschen. äh. Speißerbrille. Speißermaske halt. Samst... Kittel Gott ey Ein Kittel halt, Mann Man hat die Kutte Hallo Sonnenbrille Ah Und da stand doch gerade Ja, Ärzte tragen Spezialmäntel im Labor Ich will hier auch sein, ich habs Spezialmäntel haben Arzt Kittel Es ist doch ein Arzt Kittel Weiß ich nicht Kittel Wissenschaftlerkittel Arzt Mantel Arzt Kittel Arzt Apsu Kittel Prozent Prozent Schicht Vorbewerbte er ist okay ich warte auf den nächsten Zipp 20 Sekunden Während ich überlege, wie das Ding heißt, wenn es nicht Arztkittel heißt Na Ja, danke, jetzt sagt mir Herze tragen Schutzbrillen für ihre Augen Halbt die Fresse, ich hab ne Sonnenbrille auf Mann Ha 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 Da Arzanzug 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 Aramang, Abgrenzung, Abhang, Halt die Fresse, Mann Ja, toll Äh Äh Arztjacke Arztwaage Axthacke Axthacke Was zum Teufel Apotheker Apotheker Arzanzug 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 Oh got it. Dr. Twitter. Dr. Boots. Ich schaffe hier irgendwelche versteckten Sachen, woher. Ähm. Boah. Wissensschapler. 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 Oh, ja, 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 ja. Das Abfluss-Roll muss erstellt werden. Überdimensionale Topfen. Yes. Der verrückte Wissenschaftler war ein auf Selbstzerstörung programmierter Roboter. Dämme die Explosion ein. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Bunko. Boah Gott ey. Ich wollte genau so einen Kittel haben, weiße Jacke. Fertig. Oh Mann ey. Oh Mann ey. Ich weiß auch nicht mehr echt nicht. Das war scheiße. Hallo. Bist du eine Siege? Hallo kleine Siege. Hilf den Ziegen in einem Troll vorbeizukommen. Die Meerestriegelböcke start. Yay. Okay. 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 Boah. Der Meerestriegel hat Appetit auf etwas aus der Ferne. Gib ihm etwas, das wie jedes Siege schmeckt. Was ist das denn eigentlich? Füttere machte kleiner, bärenartiger, aquatischer Siege. Bärenartig. Aquatischer, unerschrochener, salziger Schneesiegel. Ausgedehnt erwürziger Eigeion. So, ich bin der Hirte. Etwas wie sie wie eine Siege schmeckt. Grandioser Meerestriegel. Äh. Siegen... Käse. Hiteshüt. Ja, ist okay. Siegen... 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 Gib mir eine Frucht, damit ich abhauen kann. Eine Frucht? Achso. Ah, jetzt kapiere ich, was da losgehen soll. Ist okay. Weil das erste eine bärenartige Siegel ist. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, ist okay. Ähm. Äh. Äh. Ba. Papa, ja. Eat this shit. Omnion. Die Beere hat ihr erstes Siegel gerettet. Nun ist es saftiges grünes Glas. Die zweite nähert sich. Gib dem Meerestall eine Ersatzspeise. Ähm. Ja. Salz. Salz. Stongen. Salzstreuer. Es halt eine Salzsteuer. So einmal konnten die Siege vorbei. Jetzt ist es andere Zeit für die letzte Siege. Der Meerestall will etwas, das folglich schmeckt. Gib ihm etwas Schadefiss. Nein, ich gebe ihm erst mal ein Fisch. Und danach gebe ich ihm eine Peperoni. Eierrotter. 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 so wie gesagt ich mache eine aufnahme pause weit geht weiter ich gucke jetzt erstmal ob wie gesagt diesmal alles da ist sonst nehme ich das jetzt sofort neu auf weil ich wie gesagt ich habe schon ich habe so viel weiter aufgenommen gehabt und mittendrin von mittendrin und die aufnehmen ist ein bisschen kompensiert ok tschüss